Und zwei Grafiken gerade reinbekommen, die so ein bisschen analysieren, wie es zu diesem erstaunlichen Ergebnis für die AfD gekommen ist. Google hat veröffentlicht, welche Suchbegriffe in den letzten Tagen und Wochen vor der Wahl am meisten von den Wählerinnen und Wählern gesucht wurden. Und wir sehen hier, der Begriff AfD hat den Begriff FDP deutlich überholt in den letzten Wochen und bis zuletzt sogar deutlich abgehängt. Also da hat sich sehr viel getan und es gibt eine zweite Grafik, einen Kuchen, die...